himeji castle wie auch immer ben baut jawohl immer noch vertieft in die bauanleitung und ja es ist irgendwas gewachsen aber dieses entspannte falten der bauanleitung und das hinein klipsen der steine das ist doch eine befriedigende arbeit nicht wahr ist beruhigt und wie geht es den fingern noch gut noch gut alles gut wenn es fit keiner stört schnappt euch ein set und setzt euch dazu ja gerne gerne also hier ist das kleine steine lager davon also wie viele tüten sagst 17 17 habe ich gezählt glaube ich 17 tüten und so sieht das in the point of view aus klick verbaut ne doch nicht das ist immer so das interessante am anfang wenn man was baut da kann man kaum noch was erkennen da weiß man gar nicht was wird das eigentlich also wenn man nicht wüsste was es ist und farbseuche wenn bisher hält sich sind grenzen habe ich bisher nur diese roten weil ich kann jetzt eigentlich auch nicht so rote not wo noch keiner weiß was damit passiert vielleicht ist das eine person nee das wäre also rote noppe dahin ist die zweite rote noppe ich kann kein chinesisch oder wie heißt das mandarin kann ich mal die essen mandarine kann man essen mandarin spricht man also dann lassen wir weiter bauen und gucken mal später wieder rein